Die Frage ist immer bei diesen Zukunftsvorausschauen, was kommt und was kommt nicht. Man muss irgendwie einen Pfad bekommen, wo man irgendwann mal Geld verdient damit. Bei Autobatterien zum Beispiel hat man das verpasst, super Forschung für, sagen wir mal so, Rollstühle oder elektrische Fahrräder zu machen. Da hätte man ja Batterieforschung machen können und dann die Akkus alle ausoptimieren und dann erst auf Autobatterien. Sie versuchen das irgendwie falsch. Sie versuchen erst gleich Batterien zu machen. Das kann sein, dass man da erst mal so zwei, drei, vier, fünf Milliarden in den Sand setzt. Ich nehme an, dass die auch diese Milliarden gerade in den Sand gesetzt werden, weil es jetzt gerade Feststoffbatterien gibt. Das sind Batterien, in denen keine Flüssigkeit ist. Der Legende nach sind die 2022 produktionsreif oder verkaufsreif und die lassen sich dann in einer Minute aufladen. Wenn das so ist, dann bauen sie jetzt gerade diese ganzen Steckdosen überall in den Parkhäusern auf und das kann man dann irgendwie auch lassen, weil es ja viel schneller geht. Also die Kapazitäten sind ja so ausgerechnet, dass jedes Auto da irgendwie eine halbe Stunde oder zwei Stunden dranhängt. Wenn das jetzt nicht so ist und nur eine Minute dauert, bauen sie jetzt ganz falsche Infrastrukturen auf. Das sind so Risiken, die muss man vorher sehen, wenn man jetzt in so ein neues Business geht. Und deswegen haben die Leute auch zu Recht ein bisschen Angst. Man kann jetzt nicht so sagen, dass sie alles verschlafen. Also die Feststoffbatterien werden interessanterweise von einem sehr alten Herrn gemacht, von James Dyson, der diese Staubsauger herstellt. Er hat quasi die ganzen Cracks aufgekauft, die wir von was verstehen und will dann das bisschen Auto noch drumrum bauen. Aber er hat verstanden, dass die Batterien dann irgendwie das Wichtigste dabei sind. Das sind so Dinge, da kann man schon verstehen, wenn, sagen wir mal, ich weiß jetzt die Gründe nicht, aber wenn Bosch sich aus dem Batteriegeschäft zurückzieht und sagt, das ist ihnen zu heiß oder die anderen wollen nicht einsteigen und so, da belauern sie sich gegen und irgendwer gewinnt das dann halt. Dann hat man wieder das Problem, dass unter Umständen die Autos so viel Strom ziehen, dass wir gar nicht so viel Strom produzieren. Also im Augenblick ist ja das durch Diesel abgedeckt. Also man hat diese Brennstoffe. Und jetzt brauche ich dann, wenn alle Autos auf Elektro laufen, brauche ich ja entsprechend viel mehr Strom. Wo kriege ich den her? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ist die bessere Lösung, Marokko mit Solarzellen zu bedecken und dann alles in Wasserstoff zu verwandeln und dann auf Brennstoffzellen zu gehen und das gar nicht mit Batterien zu machen. Also gar nicht. Dann würden jetzt die Batterien auch wieder abgeschafft. Dann hätte man aber das Stromproblem gelöst. Dann könnte ich ganz beliebig viel Strom in Marokko in Wasserstoff verwandeln, das mit Schiffen herbringen und dann hier verfeuern. Dann wäre alles umweltfreundlich, alles gut. Aber dann hätte man wieder eine andere Technologie. Wie das so ausgeht, ist gar nicht so klar. Da muss man irgendwie auch ein bisschen Verständnis haben von großen Konzernen, die dann so ein bisschen kalte Füße kriegen. Warum man nicht einfach mal für so ein, sagen wir, Abenteuer so einen Quartalsgewinn opfert. Also ich meine, es kann nicht so schwierig sein, mal fünf Milliarden auf At-Risk in so eine Bresche zu legen. Das verstehe ich nicht. Das täte ich als Unternehmer.